Hallo Volkso und willkommen zurück zu Coral Island. Leider musste ich die letzte Folge löschen, weil irgendetwas mit dem Sound nicht gestimmt hat. Aber es ist nichts Wichtiges passiert. Und dann machen wir jetzt hier weiter. Ich habe die Lea Geburtstag gehabt. Machen wir hier noch einen Smoothie. Wer hat noch Geburtstag? Der Anne. Müssen wir noch ein Rübe mitnehmen? Ich hätte gerne Rübe. Ich habe noch ein Rübe mitnehmen. Ich habe noch ein Rübe mitnehmen. Oh, der ist voller's nicht so. Ich habe noch einen Rübe mitnehmen. Ich habe noch einen Rübe mitnehmen. Ja, das ist gut. Vielen Dank. 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 I've got the sense... Thank... ... 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 Reino, waltz, sicher, nein, nein. Das war's. Die BOS-Typen haben erwähnt, da wäre ein Haufen wertvoller Metallinventoren, das jetzt locker ist. Ich habe mir gedacht, wir könnten damit unsere Vorräte wieder aufbauen, ich kann immer Materialien zum Arbeiten gebrauchen. Aus der Hülle kommt einfach stetig, gut ist das, stimmt Rupala, immer mit den neuen Materialien. Damit mache ich deine Werkzeuge so gut wie neu. Zum Museum. Was ist denn mit dem Wettbewerb? Was ist denn mit dem Wettbewerb? Ich sollte dich ein wenig erkennen, auf dem Wettbewerb war. Was ist denn mit dem Leeuоко? Was ist denn mit dem Wettbewerb?